Kleiner kurzer Videobeitrag des Hochtiefgebäudes. Mit seiner imposanten Eingangstür, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und die Umgebung, da sehen wir das Opernhaus. Hier gucken wir auf die Innoji Zentrale, den Turm. Und da blicken wir Richtung Freiheit und letztendlich Hauptbahnhof. Und das bei herrlichstem Wetter. Das soll's gewesen sein.